Ja Leute, es ist soweit. Heute ist Silvester und damit endet endlich ein Jahr voller Scheiße, Scheiße und noch mehr Scheiße. Dennoch war dieses Jahr für meinen Kanal ein sehr besonderes, weil ich einfach enorme Fortschritte machen konnte. Egal ob jetzt der Kommentarstil oder die Qualität der Videos an sich. Und ich habe auch mit den ersten Livestreams angefangen. Ist das nicht Wahnsinn? Ist das unglaublich? Andererseits, ich mache über ein Jahr YouTube und habe gerade mal 41 Abonnenten. Was ist denn da los, Zifix? Warte mal, das erinnert mich an irgendeinen Song. Remixen den doch. Ja bist du deppert, das wären ja die aufwendigsten 74 Sekunden meiner Karriere. Ja bist du deppert, das wären ja die aufwendigsten 74 Sekunden. Ja bist du deppert, das wäre ja die aufwendigsten 74 Sekunden. Wenn euch dieses kleine Silvester-Special gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Das war wirklich sehr viel Arbeit. Ich habe den Remix wirklich komplett selber erstellt und auch das Video zu schneiden. Boah, ich will gar nicht dran denken, ey. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns dann im neuen Jahr wieder und ich wünsche euch eine frohe Party und merkt euch immer... Bier mischt man die C4... Abo-Button auf Go nur! Scheiße, die Katze! Schaut euch mal an, wie professionell Kaptinos hier unterwegs ist. Ich habe natürlich keinen Greenscreen für diesen Effekt. Habe ich einfach hier dieses wunderbare grüne Bettlaken... Nee, diese wunderbare grüne Matratze genommen, die mit Kissen und mit Dingen an meinem Schreibtischstuhl hier befestigt und hier mit dem Stativ. Ja, und... Abonniert meinen Kanal! Tschüss! Schaut euch mehr Videos an! Diesehle wird bestimmt nur noch nicht nur noch einen Schildk Schaut euch weiter! Nah miiv. Alles viele evening? Ich will also gehen und bis zum einencheren Schildk NC bis beiRadio mit ihr color. Auf少 Four evento! iono mal kurz, zu Müllfen, 해도 eine Spielkrankerin... Obça wäre Ghost-Krsee, Zoom-Krsee zu Beginn der Thousand Россien. Vielen Dank.